Hi, ich bin MBK-Freunde und wir spielen heute eine Runde StumbleGuys, das letzte Video, wir dürfen kein Geld berühren, ist krass bei euch angekommen, Freunde, kurz getraut für den Support, deswegen machen wir heute eine Runde, wir dürfen nicht blau berühren, Freunde, mit dabei ist Kalle und die Community, Freunde, gerne liken, abonnieren, Glocke aktivieren, let's go! Okay, ey, hä? Bro, das ist ein Joke, wie machen wir das? Äh, ich bin nicht Huckepack. Wie machen wir das? Ich geh alle direkt auf den Rand, alle direkt auf den Rand! Aber warte, hier ist überall... Digga, okay, Bruder, das ist das bestes Beispiel! Okay, dann... Ab wo? Bro, okay, hier nicht blau berühren, Bruder! Impossible! Dann ist es... Oh mein Gott, ich werd gerade so... Ja, ich glaub, Freunde, hier auf der Map können wir das gar nicht machen. Guckt euch das doch mal an. Hier auf der Map ist auf jeden Fall, wer weiterkommt... Ich fall überall runter. Komm, auf der Map, Freunde, geht das nicht. Ansonsten hätte man eigentlich auch neu starten können, weil... Wir haben das so gemacht, Freunde, wenn eine Person blau berührt, ähm, ist quasi die Person raus und lieft, aber hier in der Runde ist es auf jeden Fall schwierig. Guckt mal, Freunde, die sind alle rot, machen hier auch noch alle Herzchen, ihr seid alles Ehren, Leute. Wie sind drin? Bist du auch schon drin, Kalle? Nee. Wie? Ich bin grad ein bisschen lost bei diesem, ja... Gut, bist du raus? Ich war verwirrt wegen blau und allem. Ja, ich bin raus. Wir gehen in die nächste Runde, Freunde, let's go. Oh mein Gott, Freunde, hier dürfen wir aber das Wasser nicht berühren. Das ist, das ist, das ist, das ist Luxus, ne, sag ich dir, so wie es ist. Das ist sogar eigentlich übel stylisch, wenn man so eine Runde nur mit diesen... Das ist Real Talk, gibt es irgendwelche blauen Skins, die wir nicht berühren dürften? Der Magiker, Magi, Magi, genau. Der Magiker ist auf jeden Fall blau. Und Lara Croft. Und, guck mal, Paravan hat auch eine blaue Hose an, ne? Oh. Oh mein Gott! Matteo kuschelt. Guck mal, Nigel, komm, oh mein Gott. No! Nigel, komm, wir chillen hier. Nigel ist rot, ich bin rot. Keiner von uns hat einen blauen Skin. Wir können hier easy chillen. Mein Mann ist auch rot komplett. Ey, oh, 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 oh! Oh mein Gott! Ich bin bei Spider-Dum. Wieso heißt der Spider-Dum? Bist du dumm? Wenn ja, spring! Oh, äh, ist ein Haie hier? Bro, das ist neu. Können die beißen? Ich hab Schiss, dass die jetzt eine Plattform wegbeißen, Freunde. Der übel stylisch. Oh, Elijili ist auch dabei, der Profi aus dem Stream. Er hat blaue Augen, aufpassen! Wer hat blaue Augen? Elijili hat blaue Augen! Ey, Leute, chillt dich alle bei mir! Das wird zu eng! Ey, oh mein Gott. Oh mein Gott, Taki! Digga, Taki, du hast gerade, das war richtig Taki-Taki. Das war richtig Taki-Taki one time. Okay, oh mein Gott. Ey, eine Person noch. Oh mein Gott, let's go. Ey, das war gerade richtig intens, Freunde. Wir gehen in die nächste Runde, let's go. Okay, Jungle Roll. Wir dürfen die Netze nicht berühren hier am Anfang. Dort hinten bei den Rollen. Oh mein Gott, das ist ja schon Finale. Kalle, ich fandst du die erste Runde so für dich? Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich hab abgerissen. Ja, also, am besten performt tatsächlich hier von allen. Oh mein Gott. Ey, das Wasser ist blau. Die Leute, die runterfallen, nicht weiterlaufen. Die Leute, die runterfallen, nicht weiterlaufen. Ihr seid raus. Die Leute, die hier das Wasser berühren. Ja, ich wollte gerade sagen, Kalle, spektatet euch. Matteo, raus. Oh mein Gott. Ey. Oh. Bitte. Wir haben gedacht, auch ohne Emotes, dass das alles hier... ...alles fair abläuft. Rüberspringen. Rüberspringen! Oh! 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 Okay, MeiniMann hat gewonnen. MeiniMann hat die allererste Runde fair gewonnen. Unlucky war in der ersten Runde alles blau, war Freunde. Aber wir gehen in die zweite Runde rein. Let's go. Okay, es ist... Wir werden geärgert, Freunde. Nicht blau berühren. Es ist wieder eine blaue Map am Anfang. Komplett, wo man einfach nichts anderes machen kann. Aber... Wir... Oh mein Gott. Digga. Oh mein... Digga. Was? Okay. Hoppa. Ich bin noch drin diesmal. Denk ich. Du bist noch drin. Bist du vorhin in der ersten Runde rausgefallen? Ja, in der allerersten. Übelst traurig. Oh mein Gott. Wir wollen hier durch die... Oh mein Gott. Aber stark gespielt von uns, Freunde. So, Nigel, krieg ich eine Umarmung von dir? Kriegst auch eine von mir? Okay. Oh. Oh. Da... Wir umarmen uns hier alle, Freunde. Das ist einfach nicht das, was wir machen wollten. Ich bin drin. Kalle ist auch schon drin, oder? Kalle ist... Weil der Nigel träumen wollte. Boom. Alle ist auch schon drin. Freunde, wir gehen in die nächste Runde. Let's go. Freunde. Einfach dieses Raketenspiel. Und... Leute, es hört sich doof an, aber ihr dürft euch nicht gegenseitig berühren. Berührt euch nicht gegenseitig. Und keine Flaggen einnehmen, weil sonst ist es ja Baune wurden. Nimmt Flaggen ein und springt raus. Digga, was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Und während das Wasser fällt, ist auch raus. Ey. Also frech. Warte mal, ihr könnt... Ey. Ja, Schian, 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 G, Schian, G. Aber das ist ein Bot, glaube ich. Wenn wir etwas Blau einnehmen, kann Gelb es gar nicht zurück einnehmen. Andersrum aber auch. Ihr dürftet es Blau einnehmen. Weil ihr nicht rausbringen könnt. Ja, richtig. Oh mein Gott, hier sind... Guck mal, Taki ist schon draußen. Taki ist schon draußen. So. Hä? Hä? Aber einer ist... Also... Also jetzt mal wirklich... Ihr nehmt Blau ein. Also eure Leute nehmt Blau ein. Wieso... Wie könnt ihr auf Blau rauf gehen, Freunde? Ich hab keine Ahnung. Also ihr trollt doch rein. Die Leute trollen rein. Guck mal. Oh mein Gott, er versucht. Ja, okay. Wir machen hier das Blau, dass der Boden auf jeden Fall nicht zählt, weil ansonsten glaube ich, wir werden alle schon einmal draußen. Okay. Wie, das Wasser? Ja, das Wasser, das meine ich ja, das meine ich ja. Das kann wir ja gar nicht machen, oder? Also ne, ich glaub, das wär echt zu much. Das wär zu... Das wär too much, Freunde. Aber wir fliegen hier... Wir fliegen hier gerade raus. Spider-Dom, du darfst nicht auf Blau gehen! Die machen... Freunde, die freestylen alle. Das war auch Blau, Nigel. Digga, die Leute sind echt... 4 Millionen Grues. Also, ihr dürft nicht Blau einnehmen, ne? Also, blaue Felder sind Tabu für euch. Hier wird wieder ein blaues Feld eingenommen, was blau war. Ne, das war noch nicht ganz vollblau. Das war nur die Flagge, war noch nicht oben. Ach so. Da hab ich aufgepasst, weil das war nicht so gut. Da, ich, äh... Freunde, das ist, äh... Das sieht hier gerade nicht so gut aus. Aber einfach... Eigentlich hätten wir das vom Ding gewonnen, weil alle Leute auf Blau raufgegangen sind. Bedeutet, wenn wir einmal Blau eingenommen hätten, hätten die anderen Leute gar nicht raufgehen dürfen. Von daher geben wir die nächste Runde. Let's go. Okay, Freunde. Wir können hier das allererste Mal komplett normal spielen. Weil... Ist... Ja? Obwohl... Der Himmel, wenn du runterfällst. Ja, oha, okay. Also, 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 dürfte jetzt niemand... Sorry. Also dürfte jetzt niemand vorlaufen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist der richtige Weg? Ganz links, ganz links. Oh mein Gott. Rein, 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 rein. Ihr kriegt auch ne Bombe. Oh mein Gott. Ich hab Bastia sogar reingeboxt. Freunde. Let's go. Kader auch drin. Ich bin drin, Freunde. Ich denke mal, alle aus der Community sind auch schon drin. Wir gehen in die nächste Runde. Let's go. Okay, okay, okay. Hier können wir auch wieder normal spielen, Freunde. Ein, zwei, drei Lieblingsspiele. Wenn nicht sogar mein Lieblingsspiel. Wie gesagt. Sorry. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, Freunde. Ähm, wie gesagt. Ohne Emotes. Also, Sticker könnt ihr machen. So mäßig. GGs und sowas. Aber Emotes nochmal, bitte nicht. Guck mal hier. Ich sag, hier flieg ich auf jeden Fall nicht raus, weil ich find, wer Mario Party früher gespielt hat, hab ich schon das letzte Mal auch gesagt, hat hier nen großen Vorteil. Safe. Das ist so ein typisches Mario Party Spiel. Das ist eins meiner Kindheit Games gewesen. Also eigentlich. Wo sieht man? Sehen wir irgendwo Kalle auch? Da, Kappi, Kalle mit dem Samurai. Aber, wie sagst du denn nicht? Ach so, das ist der rotere Samurai, ne? Mhm. Bald hoffentlich neue Special Skins. Stumble Guys. If you hear me. Würde ich fühlen. Please new, äh. Oh mein Gott. Wer wird's verkacken? Eieieiei. Es sind gerade nur Community, Leute, da, ne? Ja, safe. Die Bots werden alle ausgeflogen sein. Oh mein Gott. Stark. Wer ist rausgeflogen? Nein. Ich hätte es gerne gesehen, wer rausgeflogen wäre. Dumm. Dumm, dumm. Ey, ist doch halt viele rausgeflogen. Oh mein Gott. Freunde, gehen in die nächste Runde. Let's go. Oh, das ist... Boah, das ist blöd. Es gibt blaue Blöcke, wo du rüberjumpfst. Ey, ich wollte gerade sagen. Freunde, wenn hier der blaue Block kommt, darf keiner rauf. Checkt ihr das, Freunde? Checkt ihr das? Aber erst im Endgame von dem Spiel ist es kritisch. Weil vorher können wir immer dazwischen gehen. Guck mal, hier die ersten Blöcke. Die ersten blauen. Let's go. Wenn jemand von euch, wie gesagt, getroffen wird, einfach ehrlich sein und dann raus. Okay. Das ist ja kein Problem. Sobald die großen, blauen, vollen Blöcke kommen, Freunde, ist das das Problem. So. Lila. Lila. Können wir auch noch nicht. Ich glaube, als nächstes kommt blau. Auch nicht. Oh mein Gott. Kalle hier mit dem Kopfsprung durch die... Nein. Oh mein Gott. Ey. Oh mein Gott, Nychil! Nein! Nein. Oh mein Gott, Freunde. Nychil hat es aber erwischt. Einfach gegen die Wand gelaufen. Oh nein. Der ärgert sich gerade, der Arme. Oh mein Gott. Okay, das war easy. Hey, ich spreche alle auf meine Köpfe. Sind Wapfel. Sind Nöpfel. Oh nein. Oh nein. Nein. Ist das, was ich denke, oder? Ja. Ist das, was ich denke. Ja, GG's. Lauft! Wer als letztes schrinkt! Nein! Oh mein Gott. Hey, ich bin gerade irgendwie hochgebackt. Ich bin qualifiziert. Nein, du verarschst mich. Hey, Kalle hat gewonnen. Wie? Wie? Und vom Ende gemacht. Nein. GG an Kalle, Freunde. Erste Runde hat Manni gewonnen. Zweite Runde hat Kalle gewonnen, Freunde. Wir gehen in die dritte Runde. Und ich frage mich, ob ich auch vielleicht eine Runde gewinne. Let's go. Okay. Wieder, wir werden geärgert, Freunde. Ich mach, guck mal, ich mach hier auch den... Oh mein Gott. Gut. Aber wir könnten sie leider hier nicht vermeiden, Freunde. Ich werde mal gucken, dass ich so... ...wenig blau wie möglich mache. Also ich werde hier jumpen. Und ja, was soll ich machen bei so einer Map, Freunde? Kann wir ja nicht machen und ich möchte ungern die Runde resetten. Deswegen berühren wir hier alle gerade blau. Und ich denke mal, ich fliege sogar raus. Ich glaub... Ich fliege raus. Es ist halt wieder... Ja. Nee. Ich war der Letzte, der drinnen war. Ich war der Letzte, der drinnen war, Freunde. Let's go. Wow. Die Saturnringe. Let's go. Kalle sagt es. Die Saturnringe, Freunde, sind hier wieder blau. Ich guck mal. Wir gucken, ob irgendjemand, maybe, eine andere Möglichkeit findet, dort rüber zu kommen. Wir finden eine Lösung, Freunde. Keiner berührt die blauen Saturnringe. So, gibt es irgendeine andere Lösung? Darauf geht das? Leute, ihr seid raus, ne? Ihr beide seid raus. Ich mag es fünf Jahren, Nico. Es geht nicht. Oder? Geht es irgendwie? Was machst du, Kalle? Oh mein Gott. Ich warte, bis alle disqualifiziert sind. Da hab ich automatisch gewonnen. Nee, nee. So nicht. Okay. Wir dürfen auf die Saturnringe, Freunde, rauf. Es geht kein Eis. Es gibt keinen anderen Weg. Wir haben gerade geguckt, ob es einen anderen Weg gibt. Aber es gibt keinen. Von daher. Elias fechte mich umarmen. Ich hoffe, Elias ist richtig. Ich lese immer nur Eli. Jidli, Jidli, Jidli. Nein. So. Zack. Zack. Wie. Oh mein Gott. Linke Seite, rechte Seite? Ich weiß es nicht. Ich sag Mitte. Rechte Seite ist richtig. Rechte Seite. Let's go, Freunde. Haben irgendwelche Leute verarscht von der rechten Seite? Es ist komplett links. Ist echt links? Yeah. Ja. Manche, manche sind rechts. Weiter. Weiter. Weil du getrollt hast. Richtig, richtig gut, Freunde. Wir gucken noch, wer ist hier gerade noch im Rennen. Boss Baby. Wir gehen in die nächste Runde, Freunde. Let's go. Und Finale wieder. Let's go. Laser. Trazer. Freunde. Zack. Wollen wir mal ein bisschen spannend machen? Und... Ne, ne, ne. Wir machen ohne Emotes. Wir machen ohne Emotes. Aber Manni Mann kriegt nur ein Ding, weil er soll nicht weinen. Manni Mann, du bist ein... Ähm. Wer ist da gerade... Wer ist da gerade verbrannt? Wer ist da gerade... Eli. Sag mal. Leute, mach dir. Eli. Freunde, ich habe gerade richtig einen Reizhusten. Ja, oh, er lacht mich aus, dass ich einen Reizhusten habe. Das war Karma. Also Kalle, Digga. Alter. Kalle surft hier. Ich denke, auch Surfmodus. So, Kalle, willst du den krassesten sehen hier? Du es. Guck, guck, guck. Zack. Piu. Ziu. 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 Mit Husten. Oha. Husten, Sprungkombination. Yeah. Yeah, links, rechts. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Yes. Zack. Wer wird als erstes verkacken, Freunde? Oh shit. Oh shush. Oh shush. Oh shush. Eieiei. Warte, ist das hier gerade für eine Runde? Intens. Eieieiei. Makamele, Makamele. Oh mein Gott. Ich dachte nicht, dass er... Oh mein Gott. Einer von den Beinen wird auch verkacken. Manni. Boss Baby. Manni oder Boss Baby. Was glaubt ihr, Freunde? Wir haben auch den gleichen Skin. Real Talk. Ey, what? Lol. Real Talk. Das sind die gleiche Person einfach. Okay. Beide hier noch am Start. Manni, Mann. Boss Baby. Wer wird das Ding hier holen? Eieiei. Ey, was sagst du, Kalle? Beide. Eierlich? Ey, ja? Glaub mal niemand. Oh mein Gott. Ja, genau. Genau das wollte er ja sagen. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, gerne liken, abonnieren, Glocke aktivieren, Freunde. Checkt gerne bei Kalle ab. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Video. Haut rein. Peace. Peace.